Guckt es euch an. Ich mache es jetzt für einen Content für euch. Wir müssen tatsächlich einen 82er gerateten Squad abgeben. Ihr seht es oben links. 82er Bewertung für 83 Plus Spieler. Das muss man sich mal reinziehen. Also das Spiel ist jetzt offiziell draußen seit im Endeffekt 4, 5 Tagen und EA kommt mit so einer Squadbending Challenge um die Ecke. Why? Also ganz ehrlich, why? Warum EA? Erklärt es mir gerne. Erklärt es mir gerne. Also ihr könnt mir gerne auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr in eurem 83 Plus Pack drin hattet. Ich kann es trotzdem nicht verstehen, wieso, weshalb, warum. Ich mache das Ganze jetzt für den Content. Wir testen das Ganze hier auf meiner Road to Glory. Team absenden heißt es da und mal gucken, was jetzt dieses 83 Plus Upgrade Pack denn so gönnt. Also schauen wir mal rein in das ganze 83 Plus Pack. Oh my goodness. Oh my goodness. Bin ich mal gespannt. Vielleicht ein What's to Watch. Vielleicht ein What's to Watch. Wir warten mal ab. 3, 2, 1, hören wir uns auf. Let's go. Komm schon, EA. Perfekt. Was ist das denn? Ist das Suarez? Es ist Suarez. Perfekt. Auch noch ein Duplikat. Den muss ich in der SBC packen eigentlich. Sonst hat es sich da gar nicht gelohnt. Perfekt. Perfekt. Auch noch ein Duplikat an Trade. Oh, ist es Tradeable? Oh, das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay, das ist natürlich dann tatsächlich eher schon Richtung Win gehend, ne? Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Da sage ich nicht nein. Biet mir eine Stunde an, Freunde. Perfekt. Das zu meinem 83 Plus Pack. Was hattet ihr? Lasst mich das Ganze gerne wissen in den Kommentaren. Bitte Start mit Main und database. Wenn dich mit L.A. Bis respuesta.